Und die erste Runde beginnt. Wir haben die noch gegen Polenta Violenta. Die ersten beiden Kämpfer sind wunderbar. Gute Aktion von den Kämpfern von Jürgen. Die Kanzosen sind jetzt in der Überzahl. Lisa Jürgen noch für drei Kämpfern. Die Kanzosen sind in der Überzahl. 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 Das war der Treffer am eigenen Mann. Aber die Runde ist entschieden für Jürgen Dino. Und die zweite Runde des Kampfes. Volenta Violenta gegen Leon Dino. Die erste Runde konnte das französische Team für sich entscheiden. Sehr, sehr schöne Aktion von dem Kämpfer von Leon Dino. Beachtliche Physis, die der Kämpfer von Leon Dino beträgt. Die Kanzosen sind in der Überzahl. Sehr, sehr schön gemacht. Sehr, sehr schön gemacht. Leon Dino noch nicht an Überzahl jetzt. Vier gegen drei. Vier gegen drei. Drei gegen zwei Kämpfer. Zwei gegen drei. 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 Der Kempfer war schon drunter.